Was ist das für dich? Was ist das für dich? Naja, ich bin hier sozusagen... Die entdecken mich gerade neu oder für sich. Insofern bin ich hier momentan gerade, also auch durch diese Darstellung des Tod, bin ich hier irgendwie zum Publikumsliebling avanciert. Das schmeichelt einem natürlich auch. Und deswegen bin ich irgendwie sehr, sehr gerne hier. Und so kommt es, dass wir uns hier treffen. Und weil ich einfach auch momentan arbeitsbedingt aus dieser Stadt nicht mehr rauskomme. Also ich kann momentan gerade nicht nach Berlin oder nach Hamburg in irgendein Studio fliegen oder so. Das geht nicht. Also wenn man was von mir will, muss man mich momentan in Österreich besuchen. Beziehungsweise in Wien. Man hat einen hochwertigen Sprecher gesucht. Und dann geht das ja ganz normal, dass man da angefragt wird. Und ich glaube, dass sie schon eine markante Stimme für Nöten war. Und gleichzeitig auch, vermute ich, jemand, der sozusagen seinen Beruf kann. Oder der mit seiner Stimme auch umgehen kann. Um das sozusagen so hochwertig wie möglich zu gestalten, das Ganze. Und ich denke, da haben sie keinen Fehler gemacht, mich zu engagieren. Ich habe keinen Kollegen sozusagen, der seine Rolle spielt. Also ein Gegenüber, dem ich versuche gerecht zu werden. Sondern ich habe es hier mit animierten Figuren zu tun. Teilweise sehr abstrakten Figuren oder so. Und es ist ja auch so, dass die Dramaturgie einer Figur durchaus auch behauptet wird. Und nicht wie in einem Film, das ist ja nicht unbedingt das Interesse. Sondern eine Figur wird da eher behauptet. Und auf die muss man sozusagen für sich erfassen und sagen, da lang so funktioniert er, so geht das. Weil wenn man sich an einem Computerspiel setzt, will man sich ja nicht in erster Linie dramaturgisch irgendwie unterhalten oder sich dramaturgisch auseinandersetzen. Sondern man will spielen. Und da muss man... Ich habe auch darüber nachgedacht, warum nehmen die einen Schauspieler? Also warum... Man kennt das ja, wenn man irgendwo anruft und so ein Telefon-Service-Zeugs... Da hast du ja oft diese Computer-Stimmen, die sagen, bitte warten Sie, Sie sind in der Warteschleife oder so. Wo ich gesagt habe, warum machen Sie das nicht, nehmen Sie da nicht auch so eine Computer-Voice? Also ich habe für mich darüber nachgedacht, nachgetaner Arbeit allerdings. Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich, weil das der Sache Leben nehmen würde. Da wir es schon mit animierten Figuren zu tun haben, die natürlich sehr hochwertig und großartig gemacht sind. Aber wenn der jetzt so eine Computer-Stimme kriegt, rückt ihn das eventuell weiter weg im Bewusstsein des Betrachters. Und so hauche ich dem natürlich noch ein Stück Leben ein. Ja, das ist halt ein harter Charakter, den ich da spiele. Das Ganze findet auf dem... Ein einziger Kriegsschauplatz. Und das war schon durchaus anstrengend. Weil da säuselt man nicht so daher, sondern da werden knallharte Kommandos übers Schlachtfeld gebrüllt und klare Anweisungen gegeben. Und wenn man das macht, ich glaube, das waren 3500 Wörter, roundabout oder 3700. Wenn man da acht Stunden im Studio steht und Vollgas gibt, dann ist das... Also ich bin wirklich nicht aus Zucker. Und meine Stimme kann auch einiges ab und ist wohl trainiert. Aber das hat ganz schön gesessen. Ich habe allerdings an solchen Willen... Und hab da auch wirklich dann meine letzte Kraft reingeballert und hab dann auch... Also jeden Namen von jedem Mitspieler und jedem Soldaten, der irgendwann mal aufgerufen wird... Und nicht einfach nur den reingebrüllt, sondern auch gezielt gesetzt und gesagt... Bam! Du bist gemeint! Du bist gemeint! Und das ist also wirklich eine körperliche Arbeit. Also ich kam mir vor, als ob ich drei Stunden beim Boxen gewesen. So, ich war fix und fertig. Ich habe zwischendurch auch mal geduscht und dann habe ich gesagt, so jetzt weiter geht's. Das war keine unspannende Erfahrung, sage ich jetzt mal. Ich bin sehr gespannt, wie sich das nachher zusammengeht. Es interessiert mich durchaus. Und ich habe also versucht, alleine vorher dem Spiel irgendwie nahe zu kommen und zu gucken, komme ich damit zurecht. Aber es ist leider so, meine Tochter ist elf, die kann besser mit dem Computer umgehen als ich. Trotzdem habe ich mich da hingesetzt. Und ich habe... Seitdem ich sozusagen das Studio verlassen habe, gab es keine Ahnung, wo ich das Ding nicht eingeschoben habe. Und gesagt, irgendwie muss es doch gehen. Und siehe da, ich kam auf Level zwei, auf Level drei, ich bin weitergekommen. Mittlerweile weiß ich, wo es lang geht, wo die Türen sind und wo ich aufpassen muss. Ich finde, das hat schon eine große Faszination. Und faszinierend finde ich auch diese Machart. Und gerade, dass es eben nicht real ist, sondern eine fiktive Welt, eine computeranimierte Welt, das hat nochmal einen ganz anderen Reiz. Zumal es natürlich aufgebaut ist wie ein Film, es ist gemacht wie ein Film. Trotzdem ist es entdrückter, fremdlicher. Aber nichtsdestotrotz hat es eine große, wahnsinnige Faszination und Anziehungskraft. So, dass ich mich eigentlich ärgere, dass ich das nicht besser beherrsche. Also muss ich wohl heute Abend nach getaner Arbeit mich wieder hinsetzen und es aufs Neue probieren. Weil so blöd kann ich ja nicht sein. Es ist aber so, dass, was ich ganz verrückt finde, ich bin, als ich rauskam, habe ich das natürlich erzählt, weil wenn man so einen Arbeitstag hinter sich hat, das rattert ja oben und dann will man das mitteilen. Und habe ich das zum Beispiel so angestellt, ein Bürsch jetzt aus dem Hotel, die sind so Anfang 20 oder so, die haben ja Pipi in die Augen gekriegt, als ich denen erzählt habe, was ich gemacht habe. Also ja, die sind ganz heiß drauf und sagen, was hast du, die fanden das großartig. Die haben einen neuen Helden. Ich rede ja ungerne von Biografie, weil ich wollte eigentlich gar keine Biografie schreiben, sondern Geschichten erzählen. Wir haben aber während der Arbeit, ich habe zwei Jahre daran gearbeitet, mit dem sogenannten Ghostwriter, wobei der hat es einfach nur aufgeschrieben, mir die Arbeit abgenommen. Ansonsten war ich da schon sehr eng dran, bis aufs Komma. Da haben wir das also tausendmal durchgesiebt. Ich bin eigentlich immer noch nicht fertig, aber das musste jetzt raus. Ich wollte eigentlich nur Geschichten erzählen. Diese Geschichten sind aber teilweise nur zu verstehen, wenn man weiß, wer erzählt die? Und warum? Woher kommt der? Und so hat es durchaus autobiografische Züge, das Ganze. Es ist aber schon auch sehr collagenhaft. Also es ist nicht, dass ich sage, ich bin da und da geboren und dann bin ich das und das, habe ich das und das und das gemacht. Sondern es ist schon, glaube ich, auch ein Stück Kunst geworden. Deswegen sage ich ja, ich mag das Wort Biografie gar nicht so. Das ist vielleicht eine Bilanz oder ich erzähle Geschichten, die ich erlebt habe bis hierher. Und das fand ich auch, das war eine spannende Erfahrung. Das hätte ich gar nicht gedacht, sich mit seinem eigenen Leben oder mit dem, was so passiert ist, so zu konfrontieren. Das ist schon verrückt. Das macht man ja nicht jeden Tag. Ich probiere mich halt gerne aus in Sachen Kunst. Und das ist teilweise schwierig, weil die Leute sind oft verstört vielleicht. Man hat das so gerne, wenn man jemanden, jedenfalls bei uns in Deutschland, wenn man jemanden in so eine Schublade schieben kann, sagen kann, der macht das und fertig. Und wenn ich aus dieser Schublade, wenn man da raus springt und sagt, jetzt reiße ich die auch noch auf und die auch noch auf, haben die Leute da oft Probleme mit, das nachzuvollziehen. Die ordnen halt gerne ein. Und ich lasse mich ungerne einordnen. Die Grenzen verschwimmen ja teilweise. Also wenn ich mir Rambo 5 angucke, das geht schon ganz schön zur Sache. Also da schluckt man schon zweimal. Was mir daran aber gefällt, ist, dass er sich sozusagen, also Sly Stallone, in seiner Regie und seiner Drehbucharbeit in der realen Welt tatsächlich bedient hat. Das ist tatsächlich so. Also natürlich gibt es Sly Stallone nicht und nicht den einen Superhelden, der die ganze Scheiße aufräumt, das ist klar. Aber diese Brutalität als solches, die ist wirklich vorhanden. Und ich meine, da kannst du ja auch gucken, haben die Amis in den Irak gemacht oder was läuft da in Guantanamo? Ich will es gar nicht sehen, ich will es gar nicht wissen. Das ist auf jeden Fall zum Kotzen. Aber es muss ja auf irgendeine Art und Weise, muss es ja auch verarbeitet werden. Es läuft ja schon ab, wenn auch, wie ich eigentlich sagte, auf eine sehr entfremdete Art und Weise, ist es schon doch auch ein Film, in dem ich selber die Möglichkeit habe mitzuspielen oder dessen Handlung ich sozusagen beeinflussen kann.